Herzlich Willkommen zu unserem neuen Part von VARU und ja, jetzt muss ich schnell Folge 3 in die Konfi schreiben. Folge, Folge 3, so. So und jetzt, äh, geht ihr auf den Server? Ja, ich bin schon drauf. Okay, komm auch. Nicht wundern, ich esse jetzt nebenbei, weil, weil, ich kann nicht schneiden. Und ich bin eh 30 Sekunden. Wir können uns nicht bewegen, ne? Ja. Ist jemand auf den Server? Nein. Nein. Wenn ich mal auf den Server kommt, sofort sneaken, ne? Wie letzte Folge. So, ich bin schon nicht mehr länger in Wünsselberg. Ja, was für uns? Unser Ofen hat jetzt auch gehört. Ich kann eigentlich wieder ein bisschen Kohle rein. Dann müssen wir noch fertig machen. Ich brauche noch 5 Eisen. Kriegst du noch? Warte mal. Ich glaube, die Musik ist ja auch gleich raus geworden. Ich glaube, die Musik ist gerade ein bisschen laut. In die Kraft? Nein, die normale Musik von meinem... Ich habe ja Musik im Hintergrund an. Weil ich ja nicht schneiden kann. Weil sonst die Dateienriemen sich werden. Und ich muss das ja alles dann hochladen später. Hast du schon mal einen Ausgang gegraben? Ich kann ja schon mal gucken, ob ich irgendwo Schafe finde, ne? Martin? Ja. Warum laufe ich? Ah, Schafsfleisch. Wie viel Eisen brauchst du? Fünf. Dann habe ich auch endlich den Helm. Die dürften im Ofen sein. Hast du nicht schon einen Helm? Warte. Achso, mir fehlt ne Hose. Da brauche ich alle fünf Wegen insgesamt. Für ne Hose noch. Ups, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Hier nämlich Lillipad. Also ein Seerosenblatt. Warte mal, wo ist der Eingang in unserer Höhle? Ach, hier. Bleib da mal so stehen. Ich komme gleich wieder. Ich farme schnell ein bisschen Fleisch, okay? Ja, ich habe auch gerade Würfchen gefarmt. Aber so drei habe ich gefarmt. Und du? Ja, ich habe noch ne Kuh und fünf Schweine vor mir. Ist gut. Der letzte Kuhschubser gleich. Warum habe ich keinen Kuhschubser gekriegt? War keine richtige Kuh. Das war ne scheiße dumme Kuh. Das war ne falsche Kuh. Ja. Hey, cool. Ab wann gedenkst du, dass wir verzaubern? Keine Ahnung, wenn wir die ausgefunden haben, auf jeden Fall. Soll ich Pilze mitnehmen? Brote, ja. Brote? Ja. Also Fliegenpilz? Ja. Warte mal, da hast du ein Schwein auf dem Baum, das muss ich da erstmal runterhauen. Das ist so wichtig. Der kommt doch da runter. Kommst du mal von dem Baum runter? Kommst du mal her? Ich? Ja. So Leute, wenn wir dann hier lossehen, dann fahren wir einfach mal hier über den Ozean dort rüber. Dann können wir auch endlich mal unser Ziel der letzten Folge durchsetzen, ja? Ja. Ach ja, eigentlich das Ziel der letzten Folge. Ja, aber bei uns beiden, ne? So. Dann gehen wir mal los. Lassen wir unser Loch, lassen wir unser Loch offen? Ne, mach mal zu. Okay. Alter, ich hab noch nicht das Eisen rausgenommen. Hol du mal, weil du brauchst Erfahrung. Ja. Wie viel hast du? Warte, wie viel hast du? Erfahrung Level 7. Okay, dann nehmen wir mal die 11 Eisen. Ich hoffe, das Projekt endet nicht so schnell für uns. Wie macht man nochmal ein Boot, Alter? So hier, ne? Okay, hab eins. Machen wir auch eins. Wollte ich gerade sagen, ich mach dir auch eins. Weil ich kein Holz hab. Also nicht wirklich viel. Ich glaub, das war die Dings, ne? Ne, ich hau hier mal einen Baum weg. Ne, ich wollte auch gerade einen abbauen. Warte, wir tauschen, wir tauschen. Wir tauschen, hab ich gesagt. Kann halt nicht. Warte. Warte, du kriegst ja gleich das Holz. Mit tauschen meinte ich, dass du in die Höhle gehst und ich geh wieder hier hoch. Wenn du in die Welt kannst du auch das Fleisch machen, da. Das Fleisch, geh her. Ah, du hast Schafsfleisch, das ist gut. Beides, also alles, was ich so gefunden habe. Ich hab doch Wolle. Na, nimm dir erstmal die Eisen. Nimm dir das Eisen. Geht vielleicht schneller, ja, oder? Weiß ich nicht. So, was ich noch gebrauchen könnte, ist ne Holz, äh, Stein, ne, hier, na, Eisenachs. So, jetzt aber. Hab ich auch noch nicht. Mach ich mal jetzt mal schnell. Brauchen wir nicht, Jonas. So, hab ich jetzt aber. Wie viel Eisen haben wir? Noch drei. Jetzt hätten wir ein Blöck machen können. Ein Blöck. So, Weizenkana brauchen wir nicht, ne? Nö. Ja, nicht Moritz. So. War wieder eine tolle Ironie, ne? Hm. Komm jetzt. Warte, ich muss noch nicht alles, ich muss alles Fleisch fertig machen. Und das teilen wir dann auf. Wollen wir einfach in Richtung des offenen Ozeans fahren? Ja, einfach offen rauf. Okay. Weil da hinten sehe ich ja eine Insel in der Distanz, aber die ist nicht für dich gut geeignet, würde ich sagen. Die ist kacke. Die ist nicht weit genug entfernt, würde ich sagen. Aber wenn wir Päscher haben, schwimmen wir im Kreis. Äh, nee, nee, ich fahre gerade aus. Außer wenn ich gegen einen scheiß Zero-Seglitter fahre. Noch nicht fahren? Oh. So schnell fahre ich nun auch nicht. Willst du das Leder haben? Ich teile erst mal das, was wir jetzt haben. Ah. Kann das am Schleif. Hast du noch Pockjob? Na? Hast du noch gebratene Schweinefleisch? Ja. Wie viel? Sieben. Im Ofen sind noch 13. Okay, 20. Dann kriege ich 10. Also ich kriege dann... Ich gebe dir schon mal 7 von mir. Okay. Du kriegst auch 10. Aber ich glaube, du frisst eher verrottenes Fleisch. Äh, verrottenes Fleisch. Ja, ich bin Restverwerter, okay. Rottetes Fleisch rumzuliegen, äh, rumliegen zu lassen, ist doch auch eine Sünde, oder? Ja. Isst du auch Spinnaugen? Nee, nee. Nee, okay, die brauchen wir auch zum Brauen. Ja. Warze Wolle kannst du nicht gebrauchen, ne? Ganze Wolle? Schwarze. Achso, doch. Da liegt neben dir welche. Man kann mit allen Betten machen. Neben dir. Hm. Ah, dann sah ich sie halt ein. Oh, die, äh... Hast du mich gerade gehauen? Nein. Hab ich nicht. Okay, wir sind nur alleine, aber ich sag mal drauf. Ich dachte schon. Hm, hm. Du hast Schaltschaden bekommen von dem einen Block. Achso, ja, das stimmt. Ja, das ist so. Warte. Ich sag dir, du kannst den Ofen abbauen. Okay, warte. Nee, meine fast kaputte Steinax. Äh, ja. So, jetzt kriegst du... Warte, da du eh mehr ververrottetes Fleisch frisst, nehm ich mir mal 12 und du kriegst 8. Habe ich zwei mehr, wow. Bande. Warte, jetzt machen wir. Lass mal unsere Spuren verschwinden. Nee, warte, die Fackeln noch mitnehmen. Ja, ja. Aber erst mal unsere Spuren verschwinden lassen auch. Ach, komm doch. Danke. So. Wir brauchen noch ein bisschen... Ja, wir fahren. Wir fahren in die Richtung. Wir fahren noch ein bisschen Erde. Warte, ich fahr mit dir. Warte, ich hab welche. Ja, okay. Warte. Lick sie da. Und so. Wie lange geben wir schon auf? Okay, wir werden gekickt. Warte. Boah, schon neun Minuten. Krass, Alter. Warte, da hinten war noch Sepp links. Die nehme ich noch mit. Ja, die habe ich dahin gebrochen. Ja, aber wegen Spuren. Wir werfen die auf dem Wasser ab. Also. Fahr du vor, wegen Boot kaputt. Sehr, wenn du verputtst. Wir fahren hier lang, ne? Ja. Einfach gerade. Aber ein bisschen rechts halten. Ein bisschen rechts halten. Ja? Rechts. Also, komm her. Ein bisschen mehr dort langfahren. Ich glaube, jetzt wird der Server kurz lenken. Ein neues Territorium auch. Ja. Ja. Also, Hannes meinte, also Thermi meinte, dass er hier schon rüber geflogen ist. Einfach mal, aber sich das nicht angeguckt hat. Äh, aber. Das, äh. Ne, ich glaube, nur in eine Richtung hat er gesagt. Ja. Das Gute ist, wenn wir hier Ackerland... Das Witzige ist, wenn wir hier Ackerland sehen, dann finden wir Moritz. Das ist gut. Hm. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Da hat es eine Insel. Da hat es eine Insel. Insel, Insel. Zum Glück habe ich Craig Pro an. Das ist Steppe, oder? Das ist eine große Insel. Lass hier mal nach Leuten suchen. Mit Schrift aus dem Boot, ne? Nein, mein ist trotzdem kaputt. Ach, nee, ist es nicht. Aber meins. Warum? Das ist ein Spinnen. Ach, nee, bei mir lecks. Nein, mein Boot. Ja, mein Boot hat überlebt. Das ist meins. Ach so, warte. Hast du ein Boot eingesammelt? Alle gleich. Hier sind nur ein paar Zombies und Viecher. Ja, die ficken wir, Männer können. Warte, das Skelett mache ich kaputt. Ich nehme noch die Fäden mit. Das Skelett mache ich schnell kaputt. Boah, ihr leckt es gerade bei mir. Ich mache es vielleicht auch nicht kaputt. Hä, ich kriege keinen Schaden, Lan. So, Skelett kaputt. Ender, ja. Ja, halt, der macht doch nichts. Wolltest du dich nicht hauen? Ja, ich weiß. Ich habe es gemerkt, was ich so zurückgehalten. Hast du ein Boot im Inventar? Boah, hier, das gerade ab, aber... Ey, wo ist das Boot hin? Ne, du, das ist ein Server-Bug. Das heißt, mein Boot... Hast du eins im Inventar? Äh. Das heißt, meins ist hier irgendwo. Ach, ein Boot, na okay, das können wir wieder machen. Egal. Scheiß drauf. Ich bin noch nicht. Ich bin noch... Wir sind Chickens. Weil wir an den Berg fahren gehen? Ja, schon, aber wir müssen nach Farmlands suchen, wegen Moritz. Ich möchte Moritz klatschen. Nicht so viel Sprinten, ne? Ja, wir haben noch genug Fressen. Guckt ihr mal, wie viele Hühnchen hier sind. Wir brauchen Zuckerrohr, ne? Wir gehen Bücher. Na gut, hier ist genug Essen. Hier ist genug Essen. Hier ist ein Creeper. Weitere Zombie. Wir brauchen Zuckerrohr, äh, Leute. Jonas, wir brauchen Zuckerrohr. Hör mir zu, hallo. Ja, ich schaue dir zu, aber hier ist gerade ein Creeper gewesen. Hast du jetzt gehört, wir brauchen Zuckerrohr. Ja. Ich habe da hinten ein bisschen Zuckerrohr gesehen, aber ich will nicht zu weit von hier weg. Ja, die kommen. Wir finden das schon. Warte, auf die Hexe zusammen, auf die Hexe zusammen drauf. Warte, warte, warte. Ich warte auch, ich mache noch hier die Hühnchen tot. Ich habe da hinten viel Zuckerrohr gesehen, wenn du das brauchst. Oh, 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 nein, der Creeper hat kaputt gemacht. Oh, yo. Oh, meine, meine, meine Rüstung geht noch kaputt. Ich brauche Zuckerrohr. Kommt zusammen auf die Hexe, los, easy. Du boxt sie zu mir und ich gehe da drauf. Los. Und kaputt. Warum machen alle bei mir keine Geräusche, man? Ich habe mir auch keine Geräusche gemacht. Wie lange noch? Okay, wir haben nicht mehr lange, nur noch so zwei Minuten. Mein Movement ist gerade voll komisch. Ich kann nicht noch so lange fahren. Die Sklette reagieren sehr spät auf mich und ich nehme keinen Schaden, warum auch immer. Ich habe auch keinen Schaden genommen. Haben wir irgendwelche Hexer, oder? Also, ich habe rohes Hühnchenfleisch, wie du wahrscheinlich auch. Ich habe elf, ja. Okay, ich habe vier. Ja, ich habe alle getötet, die hier bei mir waren, ne? Schreiben die denn die ganze Zeit in eine Skype-Konfigurung? Hm? Die schreiben in Skype? Nee, ich habe aus, den Skype-Sound, deswegen. Dann kann man ausmachen, das ist ja ein Segen für mich. Nein, ich meine, ich habe, also, beschäftigt, deswegen kriege ich es nicht mit. Mati? Ja? Komm mal her. Bist du bei mir, bist du bei mir? Bin hier bei dem kleinen Teich. Wenn nicht, wir haben Cordis, wenn nicht. Ah, hallo. Ich dachte, du bist ein Skelett. Ja, ich habe einen Bogen gemacht. Ich habe auch einen Bogen. Warte, ich kann den reparieren. Ah, okay. Hier, du kannst den hier reparieren, wenn du einen noch mehr hast. Noch mehr. Lass mal mehr hier rumlernen. Ich habe tatsächlich noch einen Bogen, also einen kaputten Pass. Ja, aber den kannst du ja reparieren. Ja. Wollen wir dann hier in den Berg rein? Ja. Aber hier sind erstmal Easy Kills. Oh Gott. Alter, da unten sind noch Schweine. Die hole ich mir. Okay, ich habe keine Hexer, ich kriege Schaden. Ja, von manchen Viechern nehme ich Schaden, von manchen nicht, irgendwie. Boah, das Skelett hat mir gerade aber richtig gekommen, Boot. Wenn ich voll live bin, kriege ich weniger Schaden, what the fuck. Okay, ich werde in 30 Sekunden gekickt. Okay, ich dann auch gleich, weil wir fast gleichzeitig drauf sind. Warte, lass aneinander gehen. Nee, warte, wir nehmen eh gleich die nächste Folge auf. Wo bist denn du? Beim Berg? Naja, hinter dem. Also, unter. Unter. So, jetzt bin ich wieder oben. Ich bin auf dem Berg drauf. Okay, ja. Okay, dann komme ich da gleich drauf. Nee, warte, noch nicht auf den Server, ne? Ich muss erst gekickt werden. Ja. So, 5, 4, 3, 2, 1. Und kickt. So, Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat. Oh. Wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis. Danke. Danke. Danke.